Hey, ich weiß es nicht, das Ding zu halten. Alter, das ist aber auch ein Roshi hier. Körner an der Leichtsauf. Ich glaube, ich hätte eine kleine Pille nehmen sollen. Moin, Leute. Herzlich willkommen zu eurem Video auf diesem Kanal. Heute starten wir uns das 5-Hin-Six-Pack-Workout von Paulina mit dem Yoga-Orgymnastik-Ball alias Petsi-Ball, wie auch immer dieses wundervolle Tool auch immer genannt wird. Und ja, wir schauen uns das Ganze mal an. Ich bin riesig gespannt. Let's go! Und jetzt starten wir aber. Ja, wir dürfen nicht zu lange hier in dieser Position sitzen. Oh, der Timer! Der Timer! Der Timer! Der Timer! Der Timer! Oh, ich glaube, ich hätte eine kleine Pille nehmen sollen. Und ja, wieder zurückgehen. Und wirklich schön aus dem Bauch jetzt bei allen Übungen arbeiten. So, Mario. Jetzt wird er hier nochmal kleiner, Pauli, ja? Ja. Ja. Oh, herrlich. Oh, herrlich, du. Oh, herrlich, du. Wir wieder, du, ich bin hier. Ja, ja? Ja, ja, ja. Was wir machen ist, ein wenig über den Tempo vorher. Erstmal gibts hier ein kleines Tänzchen. Der ist am Blick wieder. Die Übung ist wirklich heftig. Ja, das stimmt. Wieder rausschneiden in diesem uneleganten Abstieg. Wenn ich mit drauf gehe noch an der Position. Der ist viel zu hoch, der Ball. Schöne ein paar Crunches rausschneiden hier. Das Schöne an der Pille hier ist, die schonen total den unteren Rücken. Sonst habt ihr hier wieder einmal so eine Lücke. Der Ball passt sich auch schön an. Wir setzen uns wieder auf den Boden. Und schauen, dass jetzt der Ball wegrollt. Und sonst hinstellen und Knee to Chest machen. Und zwar immer am Ball. Ja, also der wird wegrollen hier, der Gude. Der hat seinen eigenen Kopf. Ja. Hey! Ja, war ich weg? Ja, das kommt mir bekannt vor. Aber wir fangen gleich wieder ein. Sehr, sehr gut. Wir legen uns wieder auf den Rücken und machen Checkknives. Das heißt, eine strecken wir in die Luft. Und wir gehen jetzt. Eins, zwei, drei. Mit dem Ball hoch. Gehen nach hinten. Nicht ablegen, nur nach hinten gehen. Und wieder. Eins, zwei, drei. Auf den Ball hochdrücken. Eins, zwei, drei. Weiter geht's mit Crunches. Ich hoffe, euer Bauch. Der brennt schon genauso. Du, der brennt. Und zwar, ja. Crunches kennen wir alle. Begeben wir mal zwischen Beinen. Und berühren immer. Ja, die bin ich hier richtig zu vergehen. In die Morgen. Aber schwer ist die. Ui, 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 ui. Ich weiß nicht, das ist das Ding zu halten. Oh, ist das schwer. Na komm, na komm. Wollt ihr mit runterheben? Machen wir die Lunge ab noch? Alter Schwede. Da war ich mal die Schweine drin so schlecht. Ja. Und fliegen. Und fliegen. Hände. Mal vorne. Oder wer schwerer möchte, heben. Und den Ball von links nach rechts drehen. Oh, ja. Alter Schwede. Das ist nicht zu melden. Aber glaub nicht, dass ihr ans Limit geht. Nein. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja, ja. Oh, ja, ja. Letze Liebung. Ja. Oh, noch mal kurz. Den Bauch gefühlt auslockern. Und was jetzt machen ist die Crunch hold. Oh, noch mal verstehe. Nicht oben halten die Beine. Bitte nicht. Ja, die Hände mit dem Ball. Dazu durchbeißen. Wir schaffen das jetzt. Einfach nur halten. Einfach nur halten. Das ist eben wunderbar. Hände durchbeißen. Beißen, 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 beißen. Das ist alles Wille, das ist alles Kopfsache. Und gleich haben wir es geschafft. Ja! Sehr gut. Ich hoffe jetzt, dass euch dieses knackige 5 Minuten 6 Minuten... Ja! Und weg mit dir! Du Halunke! Du übergewichtiger, alipöser Petsiball! Ja, zurück. Paulina, vielen, vielen Dank. Ciao! Tschüss! Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Oh. Jo. Alles klar. Paulina, vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Grüße gehen raus an dich. Vielen Dank für dieses hellige Workout. Megacool. Nächstes Mal will ich einen leichteren Halunken von den großen Pillen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, hör gar nicht. Es war mir wieder mal eine Freude. Los dos. Oh, definitely. Bis zum nächsten Mal. Oh. Ok. Oh. Okay. Oh. Jegack'